Können Sie uns den Moment schildern, als Sie wieder ans Licht kamen? Naja, vorher kamen erst mal zwei Bergleute herunter. Durch das Rohr sind die ausgestiegen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Die Talbuschbombe sagte mir gar nichts. Obwohl ich ganz, ganz früher mal, ich konnte mich daran erinnern, da gab es so eine Bezeichnung mal. Jedenfalls kamen die beiden heraus und hatten eine Liste dabei. Und das war dann die Ausfahrliste für uns. Wir hatten uns selber so etwas zurechtgelegt gehabt, wer wie ausfahren soll, aber das wurde verworfen. Nein, die beiden Steiger haben das angegeben. Erst der und der und der und ich war der vierte, der dann raus sollte. Und indem ich mit meinem langen Bein immer Schwierigkeiten hatte, im angewinkelten Sitzbereich, hockt man unter Steinplatten oder irgendwelchen Ecken, waren die Knie so angeschwollen, dass ich nur zu ihm hin robben konnte. Also auf allen Vieren bin ich zu ihm rüber gekrochen. Und die beiden haben mich dann hochgehoben und in das Rohr reingesteckt. Hinten so ein Ledergurt zugebündelt und die Arme wurden nach oben gesteckt. Oben war eine Lampe drin, das fand ich ganz toll, dass ich Licht hatte. Und dann mit dem Anschlag, zack, und die Bombe hat mich nach oben geschleppt. Ich habe Gott zutiefst gedankt dafür, dass ich das zweite Leben von ihm bekomme und ich werde das Beste draus machen. Das war für mich diese Erkenntnis und dieser Gedanke, der mich nach oben gebracht hat. Und oben rausgekommen aus der Albuschpumpe. Da haben mich zwei Hände gepackt und da rausgezogen wieder. Und dann habe ich einen auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, da habt ihr mich wieder. Der klopft zurück und dann eine riesige Staubwolke aus dem Dreck meiner Jacke kam ja auch raus. So habe ich das empfunden, das Tageslicht, eine große Brille gleich drauf. Also man war gleich ansprechbar und so war ich physisch okay und wir hatten ja auch einige Tage im normalen Zustand wieder verbracht. Und ich habe mich gefreut, dass ich da oben raus kam. Und dann werden wir auf so einer Trage heruntergeführt von dem Bohrturm, ging es runter über eine Treppe und unten wurde man dann per Fuß quasi rübergebracht zum Rettungswagen. Und dann liegt man da also auf dieser Trage und dann gucke ich mir so die Leute an. Ich denke, Mensch, die gucken ja so ernst und so und keiner freut sich und so. Mensch, ich bin doch draußen, ist doch toll und so. Ich habe gar nicht verstanden, warum die so ganz ernst guckten und bemitleideten quasi. Und dann bin ich also in diesen Rettungswagen reingekommen, erstmal ein bisschen abgewaschen und so, den größten Schmutz weg. Und dann in diesen eigenen Rettungswagen hineingelegt worden. Und dann kommt eine Schwester mit einem Tablett an und hat da so Brötchen drauf, frische Brötchen und so. Da dachte ich, Mensch, prima, gleich hier lassen. Nee, sagt sie, da gibt es doch nur eins von. Dann durfte man nicht zu viel essen gleich, ne. Ja, und dann kam der Wagen rein. Dann habe ich sie gleich gepackt, habe mich gefreut und geküsst. Das war einmalig. Dann habe ich sie gleich wieder ges影ge. Ja, ich habe mich gefreut und erinnert, keine Ahnung. Ich habe mich gefreut, dass ich wirklich wieder in die Hände erneuten muss. Und dann warte ich mich wieder. Ich habe mich, das hier wieder in die Hände aufzut. Und dann können wir die Hände, ich habe dich, das hier.